Hallo liebe Löwenfans, herzlich willkommen zum nächsten Handball-Home-Challenge. Ich habe ein kleines Trick für euch. Ball ist leider nicht so gut, das gehört erst an, aber offenlich habe ich ein besseres Baller-Säck. So sieht's aus und wenn ihr richtig gut sind, dann könnt ihr das vielleicht sogar mit Kohlistrick reinmixen. Ciao! ARD Text im Auftrag von Funk